Wir haben gerade gefeiert, dass Jesus verstanden ist, er lebt und er ist es, der uns das neue Leben gibt. Er hat uns das neue Leben gegeben und uns dazu gesetzt, dass wir Frucht bringen, Frucht des Geistes. Wir haben uns die ersten drei Aspekte bereits angeschaut, Liebe, Freude, Friede. Nun kommt der vierte Aspekt zur Sprache, die Langmut oder die Geduld. Die griechische Sprache hat vier oder zwei verschiedene Worte für Langmut, für Geduld. Das eine Wort ist Makrothymia, das ist das Wort, das hier genannt ist. Makrothymia ist aus zwei Worten zusammengesetzt, lange und Zorn und bringt zum Ausdruck, dass die Fähigkeit ist, den Zorn lange zurückzuhalten. Und hier grüßt uns Jakobus mit seinen Worten, der erklärt, was mit dieser Frucht gemeint ist. In Kapitel 1, Vers 19 und 20 lesen wir, Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ja, hier werden wir dazu ermutigt, diese Frucht des Geistes ans Licht zu bringen oder an Tag zu legen, dass wir langsam zum Reden sind, dass wir nicht allzu schnell antworten auf das, was wir wahrnehmen, dass wir genug zuhören und hineindenken in das Gegenüber und langsam sind zum Zorn, denn der Zorn des Menschen ist kaum imstande, das zu verbringen, was Gottes Gerechtigkeit entsprechen würde. Gott, ja, Gott kann zürnen und er ist zornig über jede Sünde, noch so geringe Sünde, aber weil wir selbst sündig sind, ist unser Zorn oft ungerecht den anderen gegenüber. Und deswegen werden wir dazu aufgefordert und eingeladen, dass die Fruchte der Geist Gottes in uns wirken will, dass wir langmütig sind, dass wir den Zorn zurückhalten können. Auf der anderen Seite bedeutet Geduld, das andere griechische Wort hypomeno, die Fähigkeit lange unter einer Last auszuharren. Und zwar nicht nur einfach Zähne zusammenbeißen und durch bis es zu Ende ist, sondern in der Weise auszuharren, dass man einfach stehen bleibt unter der Last. Wie so eine Säule, die trägt. Oder ein gutes Bild für diese Geduld ist so eine Blume, die durch den Asphalt bricht, die unter dieser Last nicht nur einfach auszuharren, sondern aufblüht. Ich finde das so schön, dass der Geist diese Frucht in uns wirkt, sodass Umstände, die uns zu erdrücken drohen, dazu führen, dass wir aufblühen. Diese Frucht des Geistes wünsche ich dir und mir auch am heutigen Tag. Paulus beschreibt die Liebe mit vielen verschiedenen Begriffen. Das Interessante ist, dass die ganze Beschreibung der Liebe eingerahmt ist in zwei Begriffe. Am Anfang steht, die Liebe ist langmütig. Die Frucht des Geistes ist ein Bestandteil, ein Kennzeichen der Liebe. Und die ganze Beschreibung endet damit, dass sie alles erträgt. Erträgt, da kommt das Wort Hypomino vor. Das heißt, sie ist imstande auch unter Druck, auch unter lang andauerndem oder ständigem Druck aufzublühen, nicht aufzugeben. Das ist die Frucht des Geistes. Sie macht uns fähig, den Zorn zurückzuhalten und sie macht uns fähig, lange unter der Last stehen zu bleiben und nicht zusammenzubrechen. Es ist eine Eigenschaft Gottes, ja. Deswegen ist es auch eine Frucht des Geistes. Im Psalmen wird Gott besungen, seinen verschiedenen Eigenschaften. Ich möchte diese Andacht damit abschließen, dass ich aus Psalm 103, Abvers 8 zitiere. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurecht und nicht ewig zornig bleiben. Er hat uns, mit uns gehandelt, Entschuldigung, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetatten, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Gottes große Geduld, Gnade und Barmherzigkeit kommt daran zum Ausdruck, dass er uns nicht unsere Sünden sofort und endgültig vergilt. Er hat einen langen Atem und er hat diese Langmut, diese Geduld. Das wünsche ich mir, wünsche ich uns im Umgang miteinander, dass wir langmütig sind, geduldig sind, dass wir die Übertretungen der anderen tragen können und nicht einfach nur übersehen oder bagatellisieren, sondern trotz all ihrer Schwere und des Schmerzes, den wir erfahren und erleben durch die Übertretungen anderer, dass wir aufblühen, dass wir diese Fähigkeiten, Eigenschaften Gottes, dass das, was Gott mit uns getan hat, auch mit anderen tun können, dass wir barmherzig und gnädig und geduldig sind. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Gott segne uns daran. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!